so hallo das video ist vor allem für meine brüder auch gedacht hier ist wieder mein wanderstab und auch meine follower ich liebe ja die zugewandten grauen und die follower hier sind die neuen gravurscheiben hier das erste jetzt mit lack hinten dass der 40 caro genannt in schwarz liegt wunderbar in der hand das hier sieht auch nicht schlecht aus mit einem ich sind es birke der sieht andreas ist tschuldigung ist folgen fünf seiten die sind wichtig für dich und mich mit meinem blut unterschrieben hat nochmal der sieht ja auch schön mit parkettlack versiegelt da ein sehr schönes stück noch steht alles auf holz talente cracker info manche tue ich nicht mehr ins internet rein sondern mache nur noch regional hergeben da habe ich eine das müsste auch birke sein ein stück glaubt unter die versiegelung gebracht habe ich immer ein stück eichenlaub in der hand wenn ich will und das mache ich jetzt auch dieser zeigestab in schwarz rot gold ist noch entstanden und wie gesagt der wanderstab der war nach pro se th punkt cracker punkt info pro se th punkt cracker punkt info an die 50 mal ich war insgesamt 57 mal am markte um böse wegmacher geister zu verjagen immer noch ist das dreieck in die ewigkeit geschoben immer noch kommt kein neuer planet seit grauen am boss im gebirge ist mir das auch gewahr müssen halt das beste jetzt draus machen hier ist noch ein kleines mit der alternative a und da hinten etwas wie ein auge ein stück eiche woher sage ich nicht habe ich gefragt beim gärtner ja ja sekunde ich schalte um auf die seite so sollen andreas seite seite werden ich stelle noch das um sekunde los kann es gleich gehen und zwar so sollen andreas seite seite werden zwei links das ist so werden steht auf triad de triade punkt abendrunde noch wird dann noch korrigiert fest bleibt erst mal seite minus andreas punkt blogspot.com vom 9.11.2022 so sollen andreas seite werden hier runterscrollen das aktuelle wird da immer bewegt das sind meine lieblingslieder die kannst mal durchhören das ist die bemutigungsspur gewesen die hat schon einen zuizidalen geheilt an der klippe stehend und hier gehen wir gleich rüber triad de auf den wichtigen textbereich das ist hier dieser moment da schaut bitte dass meine seelenbrüder folgendes werden erstens meisterlich im benimm du brauchst deine mitschreiben es ist alles auf triade punkt abendrund.de gespeichert wenn nicht mehr diese domain betrieben dann schaust du auf seite minus andreas blogspot.com andreas seite werden in anführungsstrichen suchen dann wird hier aktualisiert erstens sandte zweitens rekrutieren lassen von der bayerischen geheimarmee als soldat ich ihr kapitän vor 20 jahren der wunsch titel kapitän drittens buchstaben kollege werden erste art das ist dieses buchstaben gestellt vorhalten zum abbilden in der materie und dann vielleicht sogar gründer eines symboles werden mit zu einem buchstaben gestell immer hüten in der materie zum abgebildet sein der buchstaben kollege muss anerkannt sein von den kollegen ich wurde es bei diesem symbol wohl dann graf einer grauen majestät der ich zuarbeiten majestät hat schreiber nennt sich graf der schreiber ist graf ja das ist hier auf graf grecker info einfach diesen links folgen sich einarbeiten und jetzt zur tagesaktuellen situation das ist genannt auf dieser seite weiter unten willkommen zur ordnung die ordnung a genau das ist die willkommen seite ich werde da sein ich schwöre für netzwerk und familie schönes lied für immer da schönes lied wenn möglich natürlich und noch ein schönes lied ich muss das vielleicht noch korrigieren ich schwöre für ein gutes kann man machen ich schwöre für netzwerk und familie das mache ich auch hier an dieser stelle noch mal wiederhole für netzwerk und familie in der republik und das führt mich dann weiter zur ordnung a das sind zwei wichtige text absätzchen viertgebein in meiner wahrnehmung bei menschengründung zehnmal körper dreimal frau bis annahme der personifikation in ewigkeit geistwesen auch gelebt die wahre geschichte wie unser zeitgenössischer jahre körperli von indianern so gehiesen im sieben tage wuchs des sieben bis acht milliardensystems die ewigkeit von bösen geistern wieder mitgeteilt bekam für ihn durch die wahl in netz und berg der republik ordnung a gottesboden bestätigungen 57 mal lucifer gottes suche erfolgreich nach 40 jahren drei bis 500 besuche mit großvater mutter enkel und andreas für planet am stück erfolgreich und das dreieck in die ewigkeit bewegt die details von ordnung a ausarbeitung hier auf uii u3 krecker info die drei links sind wie gesagt auf dieser seite ist das sollen andreas et des set werden weiter unten und das ist uii u3 krecker info und da gehe ich aber ins detail wie net und berl für die republik und netzwerk arbeiten und jetzt gehe ich zum abschluss auf krecker info ewig das ist viel wichtiger ach nur eine sache wünsche mir immer mit kameraden würdevoll marschmusik hören zu können ich lege die daumen zusammen tippse mir auf die stimmung zu manifestieren merke ich mir doppel adler sein und buchstaben kollege fürs erste a bei den seite andreas bla und so weiter dann geht es weiter auf krecker info ewig musik und die dreifach themen ja und so sind die drei ordnungen gedacht republik moment war haben wir sie da ist die republik genannt da ist die republik genannt hier haben wir sie verträglichkeit familie republik netzwerk familie schutz hilfe familien kit republik zone bezirk region stadt dorf netzwerk gemeinschafts begriff welt gedanke internet netzwerk und so da mal reinlesen ich schalte wieder um und verabschiede mich du hast es begriffen wissen ist eine hohlschuld ja wir sind jetzt zehn minuten dabei ich baue das auf zwei seiten ein das video macht das beste draus seite minus andreas blogspot.com und dann andreas seite werden mit anführungsstrichen zeichen anführungsstrichen suchen und dann den links folgen das wird angepasst so oft es nötig ist tschüss gehabt dich wohl das wird angepasst so oft es nicht 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 so oft es nicht